Das Willkommen-Fenster von Affinity Photo enthält einige Beispieldateien, die man aber nicht exportieren darf. Nach dem Öffnen eines Dokumentes schalten wir in den Vollbildmodus, um den gesamten Bildschirm zu nutzen. Ein interessantes Werkzeug ist das Restaurieren-Tool, um störende Bildbereiche vor dem Hauptobjekt zu tilgen. Mit Gittermustern wie hier kommt Affinity Photo sehr gut zurecht. Auch unerwünschte Elemente im Hintergrund entfernt ist meist ordentlich. Mitunter ist etwas Nacharbeit angesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.